Hallo Leute, hier ist Merckx, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt jetzt im Titel gesehen meine allerersten Videos und das sind einfach so die komischen, witzigsten und peinlichsten Videos, die ich je, glaube ich, auf YouTube gesehen habe. Ich will sagen, wir labern gar nicht lang drum. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Like da, schreibt es in die Kommentare rein und... Boah, mein Stotief klappt um. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr es peinlich, beziehungsweise komisch oder cringig findet, wie es viele jetzt sagen wollen. Es sind einfach die komischen Videos. Wir fangen einfach direkt an. Nennt sich's schon der Bananen-Song. Das fängt schon so richtig gut an, dass es halt so ein Stop-Motion-Video ist. Davon habe ich früher echt richtig viel gemacht. Und da war ich einfach immer in der Hand im Bild und das war richtig professionell und alles drum und dran. Und es geht jetzt immer so weiter, bis es einfach die Bananen komplett geschält ist. Es ist einfach die Bananen weggefahren und jetzt wird einfach sauber gemacht. Das war es das erste Video. Schreibt gerne immer in die Kommentare rein, wie findet ihr die Videos. Wie würdet ihr es finden, wenn ich sowas auch noch hochladen würde? Und jetzt auch schon das zweite Video, das heißt, das heißt, Yoda's Force is real. Was das denn für Englisch steht? Egal. Das sieht ja absolut real aus. Also, is real. Zum Glück hat man gar nicht gesehen, dass es irgendwie mit eigenem Fügel war oder so. Das war auf jeden Fall richtig echt. Also, das muss echt sein. Ich meine, wie soll das sonst klappen? Und jetzt haben wir schon das nächste Video, das Video, was jetzt kommt. Das ist einfach so ein Video. Das ist so, das hat seine eigene Art. Schaut euch einfach an. Es ist einfach, ihr schaut es an. Heute öffne ich ein Überraschungs-Ei. Ich weiß, es sieht zwar nicht aus wie eins, aber mal gucken, was drin ist. Ja, da ist die Überraschung. Hier ist auch der Flyer. Es sieht zwar nicht aus wie eins, aber... Ich glaube, mir selbst das Wort. Alter, wie sah ich das überhaupt aus? Meine Stimme. Hier sehen wir den Flyer. Ja, schön und gut. Jetzt lass uns das noch einmal hier durchfahren. Guck wieder rein bei Linkox. Hier ist es so eklig. Guck wieder rein bei Linkox. Guck wieder rein bei Linkox. Was ist das denn? Ich muss dazu sagen, ich glaube, dieses Video hat tatsächlich früher noch meinen Vater gestetigt. Ich bin mir da tatsächlich niemals sicher. Aber irgendwann danach habe ich angefangen, es selbst zu machen. Auf jeden Fall, es ist... Nee, es ist schon irgendwie so... Witzig, würde ich überhaupt nicht. Ich glaube, wie findet ihr das? Aus wie eins. Aber mal gucken, was drin ist. Das nächste Video ist auch wieder so ein Video, das ist so ein... Hatst du was eigenes? Wir sehen es selbst. Hey Linkox, willst du gleich hier im Stereo runterfahren? Ja. Stereo runterfahren? Genau. Zwei Roller, den Berg runter. Oh mein Gott, da ist echt eine Schuhe und Jacke und Hose an. Duodrive. Dieses Video handelt einfach nur davon, wie ich diesen einen kleinen Berg runterfahre um die Kurve und das Ganze nennt sich dann Duodrive. Mit zwei gleichen Rollern gleichzeitig fahren. Aber ich muss sagen, es ist witzig, es gucken sich immer noch an, wie Merck seine Stimme... Also hier steht das Kommentar, wie Merck seine Stimme verändert hat. Alles klar, okay. Jetzt das nächste Video, das heißt ab durch den Boden. Und ich springe gleich rein. Alter, wo bin ich denn hin? Und weg bin ich. Alles klar. Äh, wo bin ich hin, Leute? Ich glaube, ich bin verschwunden. Wo bin ich? Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Also, ich bin da wirklich aufgedacht. Wie mein Zimmer da aussah. Also ihr seht ja selbst, da war noch hier mein Schreibtisch. Und da hinten war noch ein Extratisch für mein PC. Da hatte ich schon ein PC, aber der war richtig alt. Und jetzt kommt ein Auto, das heißt... Jetzt kommt ein Auto, jetzt kommt ein Video, das heißt einfach, ich esse Autos. Ja, das war lecker. Das Ding ist, das ist einfach das komplette Video. Dieses Video übersteht aus 10 Sekunden überlegbar. Ich würde heute aus 10 Sekunden Videos hochladen. Ich weiß gar nicht, was ist. Was wäre das denn? Und jetzt kommt ein Minecraft Let's Play. Das müsst ihr euch mal geben. Ein Minecraft Let's Play aus dem Jahr 2015. Da war ich 3 Jahre jünger, also 12 noch ein bisschen. Da habe ich das Ganze mal eine Testversion von Fraps aufgenommen. Da konnte man nur 30 Sekunden lang aufnehmen. Und alle 30 Sekunden muss ich auf den Knopf drücken, damit es wieder aufgenommen wird. Und das ist einfach so... Hey, hier ist Max. Und heute spiele ich Minecraft Let's House auf dem GOMA HD Server. Das ist die Map Farmland. Und ich bin Team... Grün. Wir sind nur zu zweit. Naja, egal. Dann hole ich mir jetzt mal Blöcke. Dann baue ich mich schnell in die Mitte. Hä? Achso, jetzt kann ich ihn sehen. So. Einmal in die Mitte bauen. Oh Mist, da sind schon andere. Habt ihr das gesehen? Also erstens, das leckt irgendwie schon ziemlich hart. Und das zweite ist, da habt ihr gerade so einen heftigen Schnitt gesehen. Da waren die 30 Sekunden zu Ende und ich musste wieder auf den Knopf drücken. Und das ist einfach so nervig. Das ganze Video geht aber 7 Minuten oder 47 Sekunden lang. Das heißt, ich musste alle 30 Sekunden auf diesen Knopf drücken. Was ist das denn? Wieso habe ich das überhaupt gemacht? Ah. Tim Blau ist da. Vielleicht kann ich dir vernichten. Da ist jemand mit dem Bogen. Schon komisch. Ich will nicht runterfallen. Nein, 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 nein. Nicht runter, nicht runter, nicht runter, nein. Ah. Mano. Ich habe einen getötet. Aber jetzt bin ich auch tot. Ich bin nicht gestorben, alles klar. Ich habe auch einen getötet. Und ich muss sagen, meine Stimme hört sich schon ein bisschen älter. Aber nur ein kleines bisschen. Und nicht so wie die jetzt von jetzt. Ich finde, das ist schon hart witzig, wie diese Videos einfach sind. Also schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie findet ihr die Videos. Also ich finde das schon ziemlich, ja, schon irgendwie peinlich. So ein bisschen. Aber ich meine, das sind meine Videos. Ich habe die gemacht. Die sind super toll. Auf jeden Fall muss man dann ein Abo dalassen und ein Like geben. Schreibt in die Kommentare, wie findet ihr diese Videos. Und ich würde sagen, dann war es jetzt auch hier von mir. Hier damit könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier links und rechts gibt es zwei weitere Videos. Schaut ihr euch auf jeden Fall an. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Euer Max. Und tschüss. Tschüss.